Aber darüber haben wir berichtet. Wir sind immer beim Kirchentag. Dieses Jahr in Hamburg waren wir, im 2. Mai, hier. Das war auch unglaublich. Der Kirchentag kam ohne uns gar nicht mehr. Wir stellen die Brücke zum Himmel bei diesem Kirchentag. Das war in Hamburg. Um 10 sollte diese Veranstaltung losgehen. Halb 10 war der Laden voll. Und sie haben sofort angefangen zu tanzen. Und bevor ich keine Musik gemacht habe, haben sie schon alle gedacht. Und mir dann dann zack, halte ich weg.